Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. So, kurz jetzt schnuck dir das Unboxing-Video, danach Hardware, ich habe ein Lied, eine Pappe, und zwar habe ich bekommen, die OpenFit Air in einer neuen Generation. Spiegelt natürlich jetzt gerade noch ein bisschen. Wir werden uns gleich in die Unboxing-Ansicht begeben. Zwei Jahre Garantie in weiß. Meine anderen sind ja schwarz. Ich habe extra die erste Generation auch noch mit dazu geholt, damit wir sie dann mal vergleichen können. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Ich werde mal noch ein bisschen reinzoomen für euch. Wie gesagt, spiegelt jetzt noch. Wir machen erstmal das Plastik ab. Ich bin schon sehr gespannt, was sich geändert hat. Im Gegensatz zum ersten Modell. Ich liebe ja die Shocks, auch die mit Bügel und so. Für den Sommer ideal. Ach, ich sehe schon, der Bügel hat sich geändert. Die Form hat sich ein bisschen geändert. Na, mal gucken. Auch vom Design finde ich es wieder schick. Von den anderen habe ich natürlich den Karton leider nicht mehr, dass ich euch den zeigen könnte. Eine Lasche wäre nicht schlecht oder irgendwas. Oh, das ist schick. Also wirkt ein bisschen größer. Wenn wir gleich mal gucken. Ja. Obligatorische Klopapier. Das brauchen wir nicht. Alles selbst erklärend eigentlich. In der App steht auch viel. Ladekabel, USB-C. Ach, und. Sehr nochmal und so, dass ich es auf der Schockseite registrieren kann. Flacher sind sie. Ein bisschen. Und ein bisschen größer. Ach, hier ist sie ein bisschen eingearbeitet. Hier ist sie draußen. Könnt ihr euch mal zeigen. Damit ihr den schwarz, erster Modell, weiß, zweiter Modell. Beim ersten Modell war der USB-C hier einfach so. Und hier haben wir jetzt, ich darf nicht so hoch machen. Hier haben wir jetzt so eine Vertiefung. Seht ihr das? Ja. Also es sieht jetzt nicht gerade dünner aus. Minimal vielleicht. Aber durch die abgerundeten Ecken, weil sie hier bei dem neuen Modell ein bisschen mehr abgerundet sind, wirkt es viel schlanker. Und größer. Also vom Volumen größer. Von der Dicke schmaler. Okay. Gucken wir uns das mal an. Auch das funktioniert wieder super. Das ist, als wenn du so ein Schmuckkästchen aufmachst. Funktioniert super. Ah, hier sehe ich es. Oh, fühlt sich weicher an. Gucken wir gleich mal nach. So, wie gesagt. Erster Modell, zweiter Modell. Ich muss nur mal schnell gucken. Ein bisschen. Hier haben wir dann halt so eine Verdickung. Beim ersten Modell. Beim zweiten haben wir dann halt hier Luft. Seht ihr das? Also noch weicher. Sie sind ein Stück größer geworden. Warte, ich mach das mal zur Seite, dann könnt ihr das besser sehen. Ein erhebliches Stück größer, so ja. Hier wohnen. So, dass ihr das besser seht. Fassen Sie sich auch hier ist wieder gummiert. Fassen Sie sich sehr gut an. Hier war alles gummiert. Hier haben wir dann halt nur, dass das... So rum. Das hier vorne das gummiert ist. Und das ist hier Plastik. Von der Biegung her, alles gleich. Und die haben... Die ersten haben schon einen super Tragekomfort gehabt. Ja, vor allen Dingen im Sommer jetzt. Wenn man dann halt... Wenn ich dann am PC bin, abends und einen Stream mache oder was weiß ich, dann sind die viel besser als In-Ear oder Over-Ears. Ja, es sind ja praktisch Over-Ears. Also man hat sie ja über dem Ohr, aber man hat nichts geschlossen. Das ist nicht. Ihr werdet da gleich... Ihr werdet da im Hardware-Video dann sehen. Und man hat sie nicht immer. Ich hasse In-Ears. In-Ears... Also nur die mit dem Gummi vorne dran, wo die dann ins Ohr reingehen, die sind mir zu eng. Und die drücken und auch die Kleineren davon oder sie fallen raus. Ich bevorzuge halt die ganz normalen Oldschool, wie damals beim Gameboy mit bei waren. Oder die allerersten AirPods. Einfach flach, rinnen ins Ohr und fertig. Aber ob die jetzt... Wenn das jetzt hier so flach ist, ob das noch genug Gewicht hat, damit das da bleibt, wo es soll. Weil ich glaube, das hat ja auch einen Grundwurm, der zu dick da hinten ist. Aber so... Schon krass, wie groß die geworden sind. Ich bin mal entspannt vom Sound her. Weil die haben wirklich schon sich gut angehört. Aber natürlich ohne Active Noise Cancelling. Klar, weil es ist kein geschlossenes System. Sie sind ja auf dem Ohr. Sie liegen über dem Ohr. Sie sind freischwebend. Wie... Ja? Und nicht wie In-Ears. Oder die... Auch wenn es mit Gummi oder ohne ist. Klingt jetzt doof. Mit Gummi und ohne. Aber ihr wisst, was ich meine. Die In-Ears, wo die vorne so Gummifropfen dran haben. Und die, die gegen Gummifropfen haben. Sind ja alles In-Ears. Die sitzen ja direkt im Ohr. Die stoppt ihr euch ja ins Ohr rein. Und die sind halt außen. Und einige vertragen. Nicht nur so wie ich jetzt. Mit Schmerzen und was weiß ich. Die In-Ears nicht. Sondern auch kriegen Entzündungen dadurch. Hier haben wir auch noch... Sehe ich auch gerade noch. Die goldenen Kontakte sind hier. Hier haben wir nur zwei. Hier haben wir drei. War der dritte denn für Updates oder so? Hm. Man konnte über die App auch updaten. Wir werden es dann auch gleich mit der App verbinden. Und alles. Und dann gleich mal testen. Aber. Ich würde sagen, für das Unboxing reicht das jetzt erstmal. Damit ihr da so einen ersten Blick habt. Und wir sehen uns gleich im Hardware Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.